Was Serk so hat. Also schon wieder Tarant. Mein Gott, ich krieg auch einen Tarant. Das war er. Er war auch random, ne? Können wir hier noch hier vorne ranieren. Tehran. We are Tehran. Ah, okay. Ich hätte gedacht, du hättest hier inzwischen schon gelesen, einfach scheiße gefunden. Und hast dich deswegen umentschieden, mir was zu schreiben. Und man dachte es dir, bevor ich hier schreibe, wie kacke ich sie fand, sage ich lieber gar nichts. Naja, dann hast du ja womöglich sogar noch was, worauf du dich freuen kannst. SCV, ready? Yep. SCV, ready? SCV, ready? Jetzt kommt der hier nicht raus, der hat mein Scheiße. Zum Scouten. Ich weiß nicht. Alles okay? Dreckig ins Gesicht gesagt. Weil solange es mir dreckig ins Gesicht zeigt, ist alles okay. Dann ist gut. Das war's. Was? Okay. 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 Wo ist er eigentlich, oder wie ist er? Na dann gucken wir mal, ob er da vielleicht schon mal irgendwas geschehen machen kann. Wahrscheinlich nicht, aber wie gesagt, probieren kann man es ja mal. Oh, guck mal da, der hat hier kleinen Pylonen, das finde ich ja ulkig. Ja komm, oh shit, gerade so hat er es noch geschafft, dass der Mothership Core überlebt. Das war jetzt ja mal bitter hier. Dann kommen wir gerade her, nein, was mache ich denn hier? Du kannst auch mal da hin, du kannst mal da hin. Einen Dings können wir mal schmeißen. Da können wir aber noch nichts machen, da ist das Add-On-Zimmer schon fertig. Lüften wir bitte. So, wollen wir davon anbreiten. So, bitte mal. Hier oben haben wir jetzt vier Worker zu viel. Geh wir mal bitte mal nach oben an. Naja, jetzt hab ich halt eben nur dummerweise diese Factory hier viel zu früh gebaut, ne? Ne, wo war ich noch gar nicht? So, du machst hier bitte. Oh ne, den Ballack auf Taumann hier unten ist. Oh, vielleicht auch schon mal den. Okay, ich hab noch Minionsupply. Ist gut. Gut. Ups, hier schon wieder drei zu viele. Jetzt ziehen wir die mal hier runter. Inzwischen haben wir sogar hier ein Deutsches. Ähm, da soll ich dann... Das stimmt, schon wieder das Westpilengas. Ich vergesse jedes Mal, dass das Westpilengas jetzt schneller genommen werden muss. Einfach weil... Und jetzt hab ich natürlich auch wieder die Dings vergessen. Da kommt jetzt auch schon der erste Disruptor. Äh, Stimp schon fertig. Stimp ist fertig, da sind die Minibags fertig. Okay, dann machen wir mal los. Was ist das denn jetzt? Ach Gott, ich hasse es, wenn das passiert. Woaw. Tja, und die Mineralien, ne, gehen jetzt natürlich halt eben hoch wie die Sau. Oh Gott! Das ist halt eben genau das Problem dann, ja. Dass ich da dann halt eben einfach nicht mehr hinterherkomme. Wenn ich beides machen muss, das kannst du halt einfach knicken. Ich würde aber fast sagen, das könnte sogar grad nochmal reichen, um hier sogar nochmal ein bisschen Terror zu schieben. Oh Gott, kann ich mal bitte jetzt hier wieder meine Dings mal hier drauf kriegen? Wo ist denn der Rest meiner Armee? Wieso ist der nicht mitgekommen? Oh ne, dann gehen wir doch grad sogar nochmal drauf. Ja, das schafft er nicht mehr, das hält er nicht mehr, da ist vorbei, GG. Nee, das hält er nicht mehr, GG. Das ist vorbei. Gott, ich hab's echt mies gespielt, aber besser als nix. GG. Oder auch nicht. Puh. So. Wie gefällt mir Lottwe? Servus Lackerkeks. Wie gefällt mir Lottwe bisher? Ich musste mich erstmal da gewöhnen. Ich bin gerade nach Platin aufgestiegen. Ja. Willkommen zum Platin-Stream. Yes. Künstlicher Hype. Hallo. Komm her. Dann komm her auf. Ja, wie gesagt er.